Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute bei Ami antwortet geht es um die Frage von Hadi. Ich fasse es mal sinngemäß zusammen, weil der Kommentar relativ lang ist. Also Hadi fragt, er hat abends, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, er kommt wohl relativ spät nach Hause, hat dann keine Zeit mehr nach dem Essen 30 Minuten zu warten, bis er schlafen geht, also mit dem Zähneputzen 30 Minuten zu warten, sondern er kommt nach Hause, er isst was, geht schnell duschen und ab ins Bett und hat eben keine Zeit nach dem Essen noch 30 Minuten mit dem Zähneputzen zu warten. Und er fragt jetzt, inwiefern das ein Problem ist, was man da machen kann und wie wichtig das ist, diese 30 Minuten zu warten, ob er sich dafür extra nochmal aus dem Bett quälen sollte oder gegebenenfalls ganz aufs Essen verzichten sollte. Also, ihr müsst natürlich nicht aufs Essen verzichten. Und diese 30 Minuten, das zählt auch nur, wenn ihr Säure gegessen habt. Und das Ganze möchte ich jetzt noch einmal kurz erklären mit diesen 30 Minuten warten, weil da gibt es relativ viel zu zu sagen. Also, es ist so, jahrzehntelang war die Lehrmeinung, dass man nach saurem Essen oder Trinken 30 Minuten mit dem Zähneputzen warten sollte, beziehungsweise sogar 30 bis 60 Minuten. Und das hat den einfachen Grund, wenn man Säure isst, dann sinkt der pH-Wert in der Mundhöhle und es werden durch die Säure Mineralien aus dem Zahnschmerz herausgelöst. Der Zahnschmerz wird ein bisschen dadurch aufgeweicht. Und wenn man jetzt mit einer Zahnbürste auf dem Zahnschmerz rumschrubbt, dann nimmt der Zahnschmerz Schaden. Also, da können richtig bleibende Schäden entstehen. Und der Zahnschmerz kann richtig Substanz verlieren. Das wiederum kann zu kälteempfindlichen Zähnen führen. Und ja, letztendlich ist der Zahnschmerz ja eine Schutzschicht für den Zahn. Und wenn der immer weniger wird, weil er abgeschrubbt wird, gibt es natürlich Probleme. Darum hat man, wie gesagt, jahrzehntelang gesagt, man soll nach saurem Essen und Trinken 30 Minuten mindestens mit dem Zähneputzen warten. Jetzt gibt es neuere Untersuchungen. Und diese Untersuchungen haben belegt, dass es nach saurem Essen oder Trinken bis zu 48 Stunden dauern kann, bis der Zahn wieder vollständig remineralisiert ist und wieder seine ursprüngliche Härte zurückerlangt hat. Aufgrund dieser Untersuchungen hat man jetzt geschlussfolgert, ja, wenn das eh bis zu zwei Tage dauern kann, dann soll man doch lieber direkt nach dem Essen die Zähne putzen. Auch nach saurem Essen sofort Zähne putzen, damit die Säure aus der Mundhöhle so schnell wie möglich rauskommt. Weil wenn der Zahn eh so lange weich ist, dann ist es ja egal, ob ich direkt nach dem Essen putze oder nach 30 Minuten putze. Das macht dann ja keinen Unterschied mehr aus. So, jetzt möchte ich euch mal meine Meinung dazu sagen, vor allem zu dieser Schlussfolgerung aus den Untersuchungen. Ich finde, ich persönlich jetzt, dass es trotzdem nochmal einen Unterschied ausmacht, ob man mit einer Säure auf den Zähnen rumschrubbt oder ob man das mit zum Beispiel Wasser tut, also mit einem neutralen pH-Wert. Es ist ja so, wenn man jetzt was Saures gegessen hat und der pH-Wert fällt, dann wird dieser saure pH-Wert vom Speichel gepuffert, das heißt wieder neutralisiert und wieder in den neutralen Bereich zurückgebracht. Bis das passiert, dauert es ungefähr 30 bis 40 Minuten. Deswegen sagt man ja, ungefähr diese 30 Minuten sollte man abwarten, vielleicht sogar bis zu einer Stunde, damit der Speichel, also der pH-Wert in der Mundhöhle wieder neutralisiert ist. Und für mich ist das einfach nochmal trotzdem ein Unterschied, ob ich jetzt direkt nach dem Essen putze mit diesem sauren pH-Wert im Mund, also quasi eine Säure auf die Zähne schrubbe, oder ob ich diese 30, 40 Minuten abgewartet habe, mein pH-Wert ist wieder neutralisiert und jetzt putze ich auf den zwar immer noch geschwächten Zahnoberflächen, aber immerhin nicht mehr mit einer Säure, sondern sagen wir mal mit Wasser, also mit einem neutralen pH-Wert. Wenn man sich das vorstellt im Badezimmer und man hat eine Kachel, die ist geschädigt, dann ist es doch auch noch ein Unterschied, ob ich da mit Wasser auf der geschädigten Kachel rumputze oder ob ich das mit Essigsäure oder Zitronensäure mache. Deswegen finde ich persönlich die Schlussfolgerung nicht so ganz nachvollziehbar. Also man kann natürlich einiges dafür tun, um zu unterstützen, dass der pH-Wert schneller neutralisiert wird. Man kann den Mund hinterher mit Wasser spülen, man kann zum Beispiel Kaugummi kauen. Wenn man Kaugummi kaut, wird der Speichelfluss auch nach dem Essen noch weiterhin angeregt. Und also der Speichelfluss würde sonst ja nach dem Essen relativ schnell wieder weniger werden und durchs Kaugummi kauen wird auch nach dem Essen noch länger viel Speichel produziert. Das heißt, im Endeffekt kann man durchs Kaugummi kauen die Zeit reduzieren, bis der pH-Wert wieder neutralisiert wird. Und zwar durchs Kaugummi kauen kann es eventuell schon nach 10 bis 20 Minuten der pH-Wert wieder neutralisiert sein. Also man kann ein bisschen was dafür tun, dass die Säure nicht so lange im Mund aktiv ist. Nur würde ich dem halt nicht zustimmen, dass man wirklich direkt nach Säure die Zähne putzt. Also ich persönlich bleibe bei der alten Lehrmeinung, dass man nach Säure 30 Minuten etwa mit dem Zähneputzen warten sollte. Das ist natürlich nicht immer möglich. Wenn jetzt Hadi so spät nach Hause kommt und er weiß, er hat keine 30 Minuten Zeit mit dem Essen zu warten, wie gesagt, dann kann er zum Beispiel Kaugummi kauen und die Zeit auf 10 bis 20 Minuten reduzieren. Oder aber er isst an dem Abend eben nichts saures mehr. Also man kann natürlich auch über die Ernährung viel machen, die Ernährung umstellen. Und auf Säuren zu verzichten ist in dem Fall die beste Möglichkeit, Säureschäden zu vermeiden. Und wenn man, wie gesagt, weiß, man hat die Zeit nicht, dann kann man vielleicht ein bisschen den Essensplan umplanen. Und wenn man unbedingt was saures essen möchte, das vielleicht nicht am Abend machen, wenn man weiß, man hat keine Zeit mehr hinterher zu warten. Und die andere Sache, die ich nochmal erklären möchte, ist, einige Lehrmeinungen oder in einigen Fachbüchern steht drin, dass man auch nach Zucker 30 Minuten warten sollte. Wenn man weiß, was Zucker verursacht, ist es auch erstmal plausibel, weil Zucker wird ja von Kariesbakterien in Säure umgewandelt. Auch dadurch sinkt der pH-Wert. Und die Säure, die letztendlich ja aus dem Zucker mit den Bakterien entsteht, demineralisiert den Zahn natürlich auch und schwächt den Zahn und macht ihn weich. Das heißt, man hat gesagt, auch wenn man Zucker isst, sollte man 30 Minuten warten, damit auch die Säure, die aus dem Zucker entsteht, wieder neutralisiert ist, bis man die Zähne putzt. Und jetzt möchte ich euch dazu auch nochmal meine persönliche Meinung sagen. Ich persönlich finde es einfach nicht logisch. Weil der Zucker, der befindet sich jetzt ja auf den Zähnen. Und solange der Zucker auf den Zähnen ist, können die Kariesbakterien ihn nutzen, um Säure zu produzieren. Das heißt, auch nach 30 Minuten hat die Säureproduktion ja nicht gestoppt. Also das geht ja weiter, solange Zucker zur Verfügung steht. Das heißt, es macht ja keinen Unterschied, ob ich direkt nach dem Essen putze oder nach 30 Minuten. Die Säureproduktion geht weiter. Und in dem Fall, also bei Zucker, bin ich der Meinung, sollte man lieber den Zucker so schnell wie möglich aus der Mundhöhle wieder rauskriegen, nämlich direkt nach dem Essen, damit die Säureproduktion gestoppt wird. Wenn kein Zucker mehr da ist, wird auch keine Säure mehr produziert. Und da kann man nicht darauf warten, dass der Speichel diese Säure neutralisiert, weil es geht ja weiter. Der Zucker ist nach 30 Minuten ja nicht aufgebraucht, sondern da ist immer noch Zucker in der Mundhöhle und es wird weiter Säure produziert. Deswegen kann ich dem halt nicht zustimmen. Und deswegen mache ich persönlich es so, wenn ich denn mal Zucker esse, dann putze ich direkt danach die Zähne. Und ja, das würde ich euch halt auch ans Herz legen. Ich würde das so machen. Ich würde nach Zucker direkt meine Zähne putzen, so schnell wie möglich den Zucker wieder rausbekommen und nach Säure 30 Minuten warten. Ja, das Video ist jetzt deutlich länger geworden, als ich gedacht hätte, aber es gab einfach auch einmal sehr viel zu erzählen. Ich wollte die Frage, ob man nach dem Essen jetzt mit dem Zähneputzen warten sollte. Und wenn ja, wie lange man warten sollte, ob man immer warten sollte oder nur nach Säure, auch nach Zucker, all diese Fragen, die immer wieder auftraten, die wollte ich halt einmal grundlegend für euch beantworten und euch meine Ansicht zu dem Thema nennen. Und ich mache auf jeden Fall auch nochmal ein separates Video zum Thema Säure, ein ausführliches Video. Das wurde auch sehr oft angefragt. Das kommt auf jeden Fall auch noch. Also abonniert am besten meinen Kanal, damit ihr das Video nicht verpasst, wenn es dann online kommt. Und bis dahin schaut euch auch auf jeden Fall mein Video zum Thema Plak an. Plak und Zucker und Kariesbakterien, das hängt nämlich alles zusammen. Das ist sehr wichtig, dass man das auch einmal versteht. Und das ist auch ein sehr grundlegendes Video von mir, was man wirklich einmal verstanden haben sollte, was Plak überhaupt ist und was es bewirkt und wie sie aufgebaut ist und all das. Ich verlinke euch das Video einmal hier oben in der Ecke und auch unten in der Beschreibung. Schaut sowieso immer gern mal in die Beschreibung. Da verlinke ich immer sehr viele interessante Dinge, auch immer noch Videos, die zu dem Thema dazugehören, die euch dann auch interessieren können. Schaut da gerne mal rein. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Denkt da unbedingt dran. Damit unterstützt ihr auch meinen Kanal. Und drückt auch auf die Glocke. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. So verpasst ihr auf jeden Fall keins. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.